Okay, bitte Licht. Läuft der Ton? Und läuft. Gut, dann erzählen Sie doch mal. Na, wo fange ich denn jetzt an? Also passen Sie auf. Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Ich bin 1953 geboren und wurde Teil einer großartigen Firma. Auf diesem Gelände standen die besten und größten Baumaschinen in Niedersachsen. Spezialisten für Rohr- und Tiefbau. Hätten Sie gesehen, was hier los war? Bis 2009. Das Unternehmen ging bankrott und man ließ mich allein. Fünf Jahre lang. Eines Tages kamen zwei Männer zu mir hoch. Ich fragte mich, was die hier wollen. Bitte nicht noch mehr Müll abstellen. Es ist doch schon alles verstaubt. Oh, ganz schön staubig hier. Aber irgendwie möchte ich diesen Raum erhalten. Na, ich glaub, alles, was wir brauchen, steckt schon hier drin. Lass uns anfangen. Das wird gut. Und plötzlich ging es los. Alles kommt raus. Alles weg. War es das für mich? Ich konnte es ja nicht ahnen. Anstatt alles auf- und abzureißen, fingen sie an, mich neu einzukleiden. Die Holzbalken, die mich schon immer getragen haben, wurden verstärkt und verkleidet. Und plötzlich öffneten sie mir die Sicht in den Himmel. Vier Oberlichter dort, wo sowieso schon Platz dafür war. Ach, was habe ich all die Jahre verpasst. Meine alten Fabrikfenster durfte ich behalten. Davor wurde einfach ein zweites Fenster gesetzt. Das schützt mich besser vor der Kälte. Auf den alten Betonfußboden kam ein edler Holzfußboden. Und dann kamen die Maler. Sie fingen an, das Treppenhaus erst in gelb, dann in grün und dann in blau zu bemalen. Ach du lieber Gott, werde ich zum Kinderspielplatz? Nein, ich hab's. Hier entsteht was Kreatives. Etwas Freies. Etwas Schönes. Schauen Sie mal, welche Möbel Sie mir gaben. Extra für mich ausgesucht. Möbel mit einer Geschichte. Ein bisschen wie ich. Ja, die passen zu mir. Es gibt hier eine alte Sitzbank aus einem Bahnhof. Und eine Sofaecke mit Holzofen. Und wenn man die Vorhänge zuzieht und die Leinwand aus der Decke fährt, dann hat man ein kuscheliges Heimkino. Und manchmal wollen die Leute gar nicht mehr gehen. In der Mitte ist viel Platz. Platz für zum Beispiel Sport oder für Yoga. Oder zum Arbeiten. Oder zum Arbeiten. Ich bin. Und basteln. Alles, was das kreative Herz begehrt. Ich erlebe. Ich erlebe meinen zweiten Frühling. Ein Ort, wo Gefühle Farben werden. Ich bin. Ich bin ein Ort der Bewegung. Ich. Ich wollte keine Veränderung. Dafür war ich zu alt. Jemand sah mich an und half mir hoch. Und jetzt fühle ich mich wieder jung. Ich bin. Ich bin. Ich bin nicht mehr allein. Wir gehören zusammen. Warum? So fühle ich mich wohl. So will ich bleiben. Eine gute story. Aber lighting. Bisakke Maybeerei. Mit der Uhr ausspo. Mit der Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020